Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video Tutorial. Es gibt verschiedene Wege ein A-Shampoo Programm nach dem Kauf für die Bedutzung zu aktivieren. In diesem Video Tutorial möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie ein Programm nach dem Kauf aktivieren können und sich dabei ein neues MyA-Shampoo Kundenkonto anlegen können. Unmittelbar nach dem Kauf eines A-Shampoo-Programms erhalten Sie eine E-Mail von Clever Bridge bzw. A-Shampoo. Im Betreff stehen Sie auf den Kauf bezogene Referenznummer und der Name des gekauften Programms. Bitte öffnen Sie nun im ersten Schritt diese Mail in Ihrem E-Mail-Programm. Im nächsten Schritt starten Sie das Programm. Falls Sie das Programm noch nicht installiert haben, dann können Sie jetzt den Download über den Link in der E-Mail starten. Der Link dazu befindet sich unter dem Punkt Ihre Produkte – Manuelle Aktivierung. Die Setup-Datei befindet sich dann nach dem Download in Ihrem lokalen Download-Ordner. Öffnen Sie diesen über den Explorer und starten Sie anschließend die Installation mit einem Doppelklick auf die gerade heruntergeladene Setup-Datei. Anschließend wird das Programm auf Ihrem Computer installiert. Folgen Sie dabei ganz einfach den Anweisungen vom Programm. Die Installation selbst habe ich hier im Video in verkürzter Form dargestellt. Starten Sie dann nach der Installation das gerade installierte Programm. Im nächsten Schritt klicken Sie auf Aktivieren. Geben Sie anschließend Ihre E-Mail-Adresse ein, die Sie auch beim Kauf verwendet haben. Mit dieser E-Mail-Adresse wird jetzt Ihr MyShampoo Account verknüpft und dient somit als Zugang zu Ihrem Account. Wenn Sie bereits ein MyShampoo Kundenkonto haben, dann tragen Sie hier die gleiche E-Mail-Adresse ein. Wichtig ist, dass die E-Mail-Adresse beim Kauf und hier bei der Aktivierung immer die gleiche ist. Klicken Sie jetzt auf mit A-Shampoo Account aktivieren. Vergeben Sie anschließend ein sicheres Passwort, welches Sie jetzt immer für den Zugang zu Ihrem MyShampoo Kundenkonto verwenden möchten. Zur Überprüfung der E-Mail-Adresse wechseln Sie jetzt zu Ihrem E-Mail-Programm und öffnen die Mail mit dem Betreff A-Shampoo Konto aktivieren. Bestätigen Sie mit einem Klick auf, klicken Sie hier zur Bestätigung die Richtigkeit Ihrer E-Mail-Adresse. Jetzt erhalten Sie eine Bestätigung, dass Ihr Account eingerichtet wurde. Schließen Sie das Fenster oder wenn Sie möchten, dann tragen Sie hier noch Ihren Vor- und Zunahmen ein und klicken anschließend auf Speichern. Die Aktivierung ist nun fertig. Mit einem Klick auf Los geht's startet das Programm. So, das soll's für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Freude mit unserem Programm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.